Musik Ja gut, Namen allerseits bei 20 Years on MTV. Herrschaften, ich habe euch einen Stargast versprochen in den letzten Wochen und ich freue mich ganz besonders, dass er heute hier ist. Peter Illmann. Hi. Peter, grüß dich. Servus. Das ist für mich ein ganz großer Tag, neben dem Mann zu sitzen, der mich auf Musikfernsehen gebracht hat. Echt, so war es nämlich, klar, weil als ich das erste Mal Formel 1 geguckt habe, da war ich, naja, wie alt, 16, 17 oder so. Und war natürlich schwer begeistert. Ja, das war damals die Zeit, ohne Formel 1 wäre vielleicht MTV ein paar Jahre später gekommen, wer weiß denn. Das war die erste Sendung, wo es tatsächlich Videos zu sehen gab am laufenden Stück. Das kann gut sein. Wann hast du damit angefangen? Ich habe 83, glaube ich, angefangen damit. Und da war das eine ganz kleine Geschichte. Kein Mensch wusste, ob das Erfolg hat in Deutschland. Wer will schon Videos sehen in einer Sendung? Und der Erfolg war dann so wahnsinnig groß, dass das dann natürlich weiterging. Wie alt warst du damals? Ach du liebe Zeit, da müsste ich jetzt gut rechnen können. Na ja, so knapp über 20. Ja, klar. Und wie bist du dazu gekommen, das zu machen? Hast du auch hier Casting und wusstest du, was dich erwartet? So Videosendungen, was soll denn das sein? Ne, ich wusste eigentlich gar nicht viel. Ich habe Radio gemacht, Bayern 3. Da war Thomas Gottschalk, der hatte eine Sendung Pop nach 8. Die war damals so Kult in Bayern. Und der wollte nicht mehr weitermachen und hat ein paar Nachfolger gesucht. Einer davon war ich. Und dann haben die mich angesprochen, ob ich nicht mal kommen wollte, vorsprechen für Formel 1, für diese Musiksendung. Und keiner wusste, was das ist. Und ich dachte, kann ja nicht schaden, gehst mal hin. Und habe da dann irgendwas erzählt, ohne da auch große Ambitionen zu haben. Und die anderen eigentlich auch. Die haben, glaube ich, 100 Leute gecastet. Aber kein Mensch wusste, was draus wird. Und dann haben sie gesagt, ja, du wirst das jetzt, du machst das, machst das ja. Aber ich wusste natürlich auch nicht, dass der Erfolg so groß war und dass das überhaupt so eine Resonanz hatte. Ich dachte, dann machst du halt so eine kleine Sendung da. Die gucken vielleicht 100 Zuschauer und dann ist gut. Und dann wurde das ganz anders, ja. Mann, Mann, Mann. Ja, das ist mein erstes Einstieg. Also wir müssen über ganz viele sprechen. Wir müssen über Klamotten, Frisuren, Musik sowieso. Nicht über meine Frisuren. Ja, ich erzähle auch über meine dann. Dann natürlich Zeitgeschehen und so weiter und so fort. Und natürlich auch das momentan so total durch die Decke gehen in der 80er-Revival. Wird auch ein Thema sein. Musik in dem Jahr, da gab es ja etliche. Da gab es viel, klar. Kracher. Also der erste Song, den wir jetzt hören, Simply Red, Holding Back the Years. Hast du damit irgendeine Verbindung? Ich habe mich immer gewundert, der, wie heißt der, Mick Hacknell, ne? Der sah ja immer so komisch aus. Also richtig gut sah der ja nie aus. Und ich habe mich gewundert, dass die Mädels so alle auf den gestanden sind. Wahrscheinlich wegen der Musik, wenn man den Sound jetzt hört, ist er ja auch sehr schmusig dann letztendlich gewesen. Ja. Holding Back the Years. Simply Red. Eine Ballade. Das waren Run DMC und Aerosmith mit Walk This Way. Wenn man so will, die Geburtsstunde von New Metal. Ja, aber die gibt es ja beide noch, ne? Run DMC haben wir irgendwas gemacht. Aerosmith sowieso. Was waren zu der Zeit so deine Lieblingsmusik oder was waren generell so deine ersten Lieblingsbands, die du so hattest? Oh, das ist immer so schwer. Keine Ahnung. Also ich war eigentlich nie so der große Avantgarde-Mensch, der also jetzt die extremsten Sachen gut gefunden hat. So wie einstürzende Neubauten, Garcia und sowas. Also ich war richtig eigentlich so ganz normal auf der Popschiene. Ich habe sogar Simply Red auch gemocht, ja, muss ich sagen. Und also Run DMC fand ich schon ziemlich gut, weil der Sound einfach toll war. Aber an sich war ich mehr so für die etwas softeren Pop-Geschichten. Ich habe dich ja schon vorgewarnt, wir müssen auch über Outfits sprechen. Ja, ja. Also es gab ja, ich kann mich erinnern, dass es viele Jungs gab, dann bei mir auf der Stufe, die dann irgendwie so den Peter-Illmann-Dress-Style kopiert haben. Um Gottes Willen. Und es gab dann auch wirklich Leute, die sich deine Friesi machen lassen haben. Ist dir das selbst mal aufgefallen, also die Zeit, dass sich Leute ein Autogramm gefragt haben oder woher du deine Klamotten hast oder wo du zum Friseur gehst? Ja, nicht so viel eigentlich. Ich habe mir ehrlich gesagt wenig Gedanken darum gemacht und die Frisur hatte ich, weil es so einfach war, die zu frisieren. Die macht dich nass oder wusch die Haare, dann waren sie fertig. Und ich habe mir da nicht viel Gedanken darum gemacht, ob das nun gut oder schlecht aussah. Ich fand es damals gut, heute finde ich es nicht mehr gut und würde es auch nicht mehr tun. Aber damals fand ich das völlig okay. Aber dass es andere nachgemacht haben, weiß ich nicht. Ich hatte ja auch so ein Overall immer an, den ich eigentlich nie mochte, ehrlich gesagt. Aber das sollte so, das gehörte halt dazu, weil das ja so Autoreparaturwerkstatt war. Und darum musste ich das ertragen. Das haben dann, glaube ich, auch einige angezogen. In der Südchöpfchen stand mal in irgendeinem zeitgeschichtlichen Lexikon drin, dass ich den Overall irgendwie salonfähig gemacht habe. Und das hat mich schon etwas gewundert, weil ich mochte ihn, wie gesagt, nie. Aber ich habe ihn in der Tat öfter angehabt. Und die Haare, waren die eingedreht oder war das Natur? Nee, dann hätte ich sie ja jetzt noch. Nee, das war so eine Mini-Dauerwelle oder so was. Das hat der Friseur so irgendwie alle zwei Monate mal gemacht und dann war das fertig. Also... Starker Einsatz. Ja, mein Gott. Nicht, ich hatte ja keinen Einsatz. Ich brauchte ja nur waschen, das war's. Ja, sehr gut. Ja, jetzt müssen wir leider eine kurze Pause machen und danach geht's weiter mit etlichen anderen Geschichten aus der guten Zeit. Ja, ja. Das war Robert Palmer mit A Detect to Love, ein rattenscharfer Clip mit tollen Darstellerinnen, die ich mich alle verliebt habe damals. Das kann man heute auch noch hören, finde ich. Ja, finde ich, kann man hören und sehen sogar. Es gibt anderes, das kann man nicht mehr unbedingt hören, das sollte man auch nicht mehr hören, aber das finde ich ganz okay. Der nächste Clip zum Beispiel ist diskussionswürdig. Ja, allerdings. Ich kann mich auch kaum noch erinnern, das war irgendwie, ich fand's glaube ich ziemlich daneben. Ich fand's auch daneben, so richtig kacke. Bruce M. Bongo, geil. Kannst du dich erinnern an die Zeit, da war ich glaube ich gerade in der letzten Klasse, also in dem Jahr, in dem ich Abi gemacht habe und es war noch gar nicht so salonfähig geil zu sagen. Also die Lehrer haben einen dann immer ganz, ganz hart abgemahnt, wenn man ein bisschen mal rausgerutscht ist und wir haben dann das Umgang, in dem wir dann immer steil gesagt haben oder sowas, so ganz blöd. Aber deswegen hat wahrscheinlich der Titel Erfolg gehabt, ne? Weil alle das ganz provokant fanden, dass es da einen Titel gab, der geil hieß. Wahnsinns tabu und mittlerweile ist es ja inflationär gebraucht, dieses Wort, aber damals eigentlich total verboten. Ja und Bruce M. Bongo, zwei Vollspacken, muss man fast sagen. Die haben auch nie mehr was gemacht, oder? Ne, also und wenn sie was gemacht haben, dann hat sich keine Sorge dafür interessiert. Aber irgendwie gehört diese Nummer und der Clip so ins Kuriositätenkabinett, finde ich und von daher können wir uns den jetzt mal gut geben. Bruce M. Bongo, geil. Viel Spaß. Das war Berlin mit Take My Breath Away, zurück hier bei 20 Years on MTV, der Folge 6 der zweiten Staffel, das Jahr 1986, bei mir immer noch Peter Illmann. Peter, jetzt bin ich ja auf eine geile Sache gestoßen hier. Ja, die Formel 1 CD und DVD, die es mir jetzt wieder gibt anscheinend. Ja, das ist eine ganz neue, also die gab es früher auch mal, die aktuellen Hits und das sind jetzt sozusagen die besten der 80er nochmal auf einer CD. Da gibt es etliche von 80er Jahre Compilation, aber da sind wirklich also gute Sachen drauf und keine schlechten und das ist bei den anderen nicht immer so. Das sind schon echte Krache hier, einer wie der andere. Und hier DVD finde ich ja sehr interessant, weil da bist ja du auch drauf. Ja, das ist wirklich ein Ding, weil das sind wirklich Ausschnitte aus Sendungen mit Moderationen, auch mit mir in Situationen, die heute etwas lustig wirken, auch wegen der Haare und so weiter, haben wir schon darüber gesprochen. Das ist alles da mit drauf, natürlich auch die Kollegen und vor allem auch ein paar Videos, die eigentlich keine sind. Wir haben ja damals so Notvideos gemacht für Künstler, die keine hatten, hatten ja nicht alle, die Deutschen hatten ja keine. Dann haben wir in der Halle einen halben Tag sozusagen aufgezeichnet und das dann gesendet. Und das ist aus heutiger Sicht ganz interessant zu sehen doch. Kann ich mir ja gut vorstellen. Ja, da glaube ich müssen wir nochmal drauf zurückkommen. Also wir wissen ja schon, wie du ausgesehen hast zu dieser Zeit. Wie du ausgesehen hast, weiß ich nicht. Nee, ich war Gott sei Dank damals noch nicht im Fernsehen. Aber wir können uns erst mal einen Clip zeigen von einem Mann, der dir zumindest frisurähnlich ist. Ja, das ist es wohl. Also stimmlich komme ich glaube ich nicht ganz hin, aber die waren gut und sind immer noch gut. Die Wiese ist, lange Haare aber gepflegt müssen zu sein. Der erste Hardrock-Musiker, der mit dem Klischee aufgeräumt hat, dass Haare lang und fettig sein müssen und den Eltern nicht gefallen. Er ist ja auch Filmstar geworden. Er ist ja auch, ja klar, logisch. Hey, John Bon Jovi. Und Bon Jovi hatten ja einen Riesenerfolg gestern Jahr, 86. Jogi Flava Bad Nine war Nummer 1 in Amerika und auch bei uns ganz vorne dabei. Kommt jetzt. Schöne Video